so hallöchen hier ist wieder euer gamer chaco im ets 2 und wir sind hier in tarant und fahren das ist wirklich nicht viel also sind 100 kilometer jetzt sind 100 kilometer etwa die fahrt 100 kilometer mal schnell runterreißen genießt trotzdem auch wenn es dunkel ist dass man nichts und das wird schon passen hier die euro kilometer er habe keinen anderen auftrag wenn wir das mit grüßel was worden da war besser aber so ist es halt nicht alles haben jedenfalls haben wir hier auch noch ein bisschen strecke frei 200 kilometer ja wie gesagt aber auch die kann haufe schwierigkeiten machen die tour jede tour hat halt seinen eigenen klingt da immer geradeaus aber das passt und wo es dann hingeht dann auch diese ausfahrt aber das muss erst mal alles gemacht werden ja wie gesagt bin noch überlegen ob ich meinen trailer wieder zurück schick acht ich glaube das war ich schon mal machen wenn es zu weit ist doch gar nicht habe ich so den eindruck dann auswärts die ausfahrt rechts aber da lassen wir uns mal neu und schon tut der kunde wieder warten auf seine ladung ich habe jetzt gar nicht was haben wir den geladen ich glaube aber jetzt ja geht es eigentlich aber wie gesagt fliegen kann ich noch nicht also geht noch nicht aber ich gebe schon mein bestes dass wir mal gut ankommen schnell vor allen dingen aber wie gesagt es geht halt alles nicht zu schnell rechts halten dann ausfahrt rechts nehmen die ausfahrt rechts demnächst links ab wege nach links ab Wir fahren hier auch langsam in den Sonnenaufgang rein, dann sieht man wieder was. Und mal wo es da ist, von da aus dann hingeht. Demnächst links abbiegen. Wiege nach links ab. Das hängt schon ganz schön hier hinten dran. Aber auch ganz schön da hoch, ne? Endlich. Wie sind das? So, dann fahren wir natürlich wieder hier rein. Schon sind wir da natürlich und dann sage ich wie immer Abo und Kommentar würde ich mich sehr freuen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.